hallo hier ist muho heute nicht aus osaka sondern noch einmal aus dem kotoguji gestern habt ihr schon ein video gesehen wo ich hier ein bisschen sasen gemacht habe und ich habe auch auf japanisch erklärt was diese kaligrafie vom kodosawaki bedeutet was da steht falls ihr das auf deutsch haben wollt ihr findet in der video beschreibung einen link zu einem video das ich in diesem raum vor einem jahr aufgenommen habe und da erkläre ich dann auch ganz genau was da steht vor zwei jahren da gibt es auch ein video wo ich unter anderem in diesem raum zu sehen bin da spreche ich über zen und sauberkeit und wenn euch das interessiert wenn euch ihr diese videos noch nicht kennt ihr werdet links im abspann finden also entweder dann hier auf der seite oder auf der anderen oder vielleicht packe ich die links auch in die video beschreibung also dieser tempel hier da werde ich jedes jahr immer am 19 und am 20 eingeladen das ist so gewöhnlich die heißeste zeit in japan wenn gerade die regen zeit vorbei ist und richtig pralle sonne kommt aber gleichzeitig ist es auch sehr feucht auf japanisch heißt diese zeit zeit durch die ich glaube durch die ich könnte mich aber auch jetzt irren und ich habe mal nach einer deutschen übersetzung geguckt na also ich meine in deutschland folgt man ja einen anderen kalender aber irgendwann in irgendeinem von den zitaten von dem zawaki kam das wort auch vorne das deutsche wort dass ich dafür gewählt habe sind die hundstage also die heißen tage im jahr und da wird hier jedes jahr so eine an jahr zeremonie durchgeführt wo das die weisheit zutrenner die hann jahr zutren wie ein akkordeon geöffnet werden und ich im anschluss halte dann immer einen vortrag nach an jedem dieser beiden tage und dieses jahr der plan ist dass ich über das pokio sammai sprechen nach weil ich mich da jetzt so viel reingearbeitet habe ich habe das gefühl das kommt am natürlichsten raus allerdings werden wir mal sehen ob ich einen weg finde dass auch den eher älteren herrschaften die hier in den tempel kommen um an der tippel zum moni teilzunehmen das auch genießbar zu machen wie die maus sei zurück zu meiner übersetzung von pokio sammai beim letzten mal ich glaube das war der donnerstag oder doch am donnerstag bin ich stehen geblieben bei dem teil wovon baba baba die rede war so wie ein säugling mit worten hantiert und doch nicht in der lage ist sich wirklich auszudrücken so können wir oder ich kann viele reden über das absolute im relativen das relative im absoluten letztlich eignen sich nicht diese diese worte nicht nur die sache zu fassen es ist so wie der name des kaisers der früher in china und japan nicht ausgesprochen werden durfte ähnlich vielleicht wie ein bisschen bisschen wie den namen gottes der heilig ist und der deshalb auch ja ich weiß nicht ob er nicht ausgesprochen werden darf aber in dem alten testament steht halt nur y h w h h und die gelehrten streiten sich ob es wirklich jachweh war oder vielleicht doch jero war denn der name wurde nicht ausgesprochen und selbst wenn man ihn ausspricht er kann es nicht nicht das ausdrücken was damit ausgedrückt werden soll nämlich gott die wirklichkeit des seins selbst ich lese doch mal den teil von freitag vorne wie bei einem säugling arbeiten deine fünf sinne da es weder kommen noch gehen weder entstehen noch bleiben aber war mit worten ohne worte du kannst das ding nicht begreifen denn die worte erreichen es nicht beim hexagramm des doppelfeuers greifen relatives und absolutes ineinander übereinander sind es drei verändert werden es fünf so wie die fünf geschmäcker der bewehren traube sowie die fünf speichen des diamant z das das ist eine stelle bei der ich vor ungefähr drei monaten hängen geblieben bin ich habe damals dieses papier hier in die kamera gehängt um zu erklären was überhaupt mit dem doppelfeuer gemeint ist dieses hexagramm das ist eins von insgesamt 64 hexagramm aus dem i ging und auch die anderen vier ringe also insgesamt fünf ringe werden jeweils einem hexagramm zugeordnet und ich habe damals gefragt und was ist mit den anderen 59 hexagramm die könnte man wenn man wollte ja auch irgendwie dem absoluten und dem relativen zuordnen denn der verbundene strich der steht vermutlich für das absolute hier und der mit einer lücke steht für das relative und es gibt ja jetzt noch tausend nicht tausend aber noch 59 andere arten wie man das absolute und das relative miteinander verknüpfen könnte interessanterweise lustigerweise hatte offenbar auch der hakuin während seiner ausbildungszeit ähnliche zweifel wie ich wie ist das genau gemein mit diesem diesem hexagramm übereinander sind es drei verändert werden es fünf was die fünf geschmäcker der beeren traube angeht nur das findet ihr zum beispiel bei wikipedia das ist eine ein blatt oder vielleicht ist es auch die beere selbst die auf fünf verschiedene weisen schmeckt auch das habe ich vor drei monaten erklärt ich kriegs wahrscheinlich nicht mehr zusammen also bitter süß salzig vielleicht auch ne scharf und was wäre das fünfte dann sauer sauer das könnten die fünf geschmäcker gewesen sein ne und der diamant sektor habe ich auch erklärt ne watschrat sektor findet man zum beispiel im wolkentor im doxan raum ne also der dirk der mag diese accessoires habe ich hier sowas liegen leider in diesem raum da ist auch alles mögliche an aller mögliche klingklang den ihr seht ne aber ein watschrat sektor sehe ich hier leider nicht und jetzt wollte ich euch mal kurz vorlesen was der hakuin dazu meinte das findet ihr auf deutsch auch bei skript d leider habe ich hier im moment keinen internet zugang und muss deshalb ad hoc aus dem englischen übersetzen ich übersetze aus der im englischen buch vom ross boleta jetzt zitiert es da und zwar so wie folgt also der hakuin dessen meister hieß ja schoju und irgendwann war schoju gerade dabei dem hakuin die fünf ränge zu erklären anhand des schatzspiegel samadhis und als er gerade bei dieser passage angekommen war wenn die sechs linien das doppelfeuer formen und das essentielle und das kontingente sich gegenseitig ergänzen oder verquickt sind miteinander zusammen sind es drei übereinander gestapelt findet man drei und und da hörte plötzlich schoju aufzureden plötzlich schwieg schoju übereinander gestapelt sind es drei und hakuin sagte schoju bitte mach weiter und wie geht es weiter wie geht es weiter transformiert verändert werden es fünf also hakuin wusste wie es weiter geht aber er wollte wissen wie aus diesen dreien dann fünf wird und angeblich also irgendwas hier mit zu tun also der boleta versucht es hinterher zu erklären aber hakuin wollte wissen was genau ist damit gemeint mit dem mit dem wie habe ich es übersetzt übereinander sind es drei verändert werden es fünf und schoju sagte seinem schüler hakuin du kannst doch nicht von mir erwarten dass ich dir das alles mit einem mal erkläre ein besuch ne ein besuch im doxan raum reicht nicht guck dir die verse von tosan oder dong shan genau an dies nichts anderes konzentrier dich auf diese verse dies auch nicht die kommentare und die theorien der anderen denn wenn du das tust dann wirst du dich verirren wie in einem maulwurst loch und hakuin bat daraufhin einen seiner dharma brüder dem namen sokaku er sagt es ihm schoju ist schon alter mann und könnte sein dass ich ihm nicht mehr begegnen werde könnte sein dass ich keine gelegen mehr gelegenheit mehr haben werde ihn nach der bedeutung dieser zeilen zu fragen bitte mein bruder kaku könntest du bitte zu ihm gehen und ihn bitten dass er dir die bedeutung dieser zeilen erklärt nämlich verändert sind es fünf und dann kannst du sie mir hinterher weitergeben und sokaku war damit einverstanden und die beiden trennten sich und sokaku besuchte hakuin nachdem sokaku hakuin besucht hatte kam er zurück und traf sich wieder mit hakuin hakuin bat ihm sein versprechen einzulösen und ihm zu erklären was was das jetzt genau bedeutet dass aus dem doppelfeuer drei und dann fünf werden sokaku sagte es ist nicht einfach es ist nicht einfach zu erklären hakuin sagte sokaku würde es es würde es dir erleichtern die verse zu erklären wenn ich ein wenig reißwein bringe würde reißwein die sache erleichtern und offenbar nickte der sokaku und deshalb haben irgendwelche novizen geguckt ob es da irgendwelchen reißwein gab und überraschung überraschung sie haben eine flasche gefunden und füllten eine tasse für sokaku und sokaku wollte gerade diese tasse er wollte gerade die tasse mit zacke an die lippen führen als hakuin seine hand griff und sagte trink nachdem du es mir erklärt hast sokaku sagte nein lass meine hand los lass meine hand los hakuin sagte nachdem du diesen ganzen zacke getrunken hast wirst du nicht mehr in der lage sein es mir zu erklären und sokaku hatte keine ausrede mehr also begann er den mund zu öffnen und die passage zu erklären aber er hatte gerade erst gesagt verändert sind es fünf verändert sind es fünf das bedeutet als hakuin eine erleuchtung hatte was komisch ist denn in der regel spricht man glaube ich von drei erleuchtungen die der hakuin hatte und diese gehört nicht dazu aber vielleicht war es eine von den vielen kleinen erleuchtungen von den vielen kleinen chemchos die der hakuin vermutlich auch hatte also sokaku musste noch nicht mal erklären er hatte gerade erst gesagt verändert sind es fünf als hakuin sozusagen die schuppen von den augen fiel warte schweig ich hab's ich hab's sagte hakuin und die anderen drumherum die novizen waren ungeduldig unterbrich ihn nicht wir wollen es doch auch wissen unterbrich ihn nicht und hakuin sagte ihr könnt es dann ja später von mir hören und zu dem zeitpunkt hatte sokaku schon einige becher von sake intus am nächsten tag als hakuin und sokaku alleine miteinander waren erklärte hakuin was er verstanden hatte kein wort von dem was hakuin sagte widersprach dem was sokaku vom meister shoju gehört hatte und ich finde das ja beruhigend dass offenbar auch der hakuin da am anfang ein bisschen schwierigkeiten hatte einen zugang zu finden zu diesen zeilen und ich weiß nicht was ihr aus dem koan macht ne besonders am ende am nächsten tag als sokaku wieder nüchtern war und er war alleine mit dem hakuin da drückte endlich hakuin das aus was eigentlich die novizen auch alle hören wollten ne und vielleicht auch einige meiner zuschauer was bedeutet das denn jetzt genau ne ich habe es vor drei monaten versucht hiermit zu erklären ne aber ich habe ja auch vor drei monaten gesagt eigentlich kriege ich selbst nicht auf die reiche ich verstehe nicht ich verstehe nicht warum es ausgerechnet diese fünf sein müssen und äh ich bin mir noch nicht mal sicher ob es wirklich diese fünf sind ne ob mit dem fünften stand wirklich dieses hexagramm nummer 30 das haftende das doppelfeuer gemeint ist ne es macht einfach keinen sinn ich habe das gefühl dass dieser das ende dieses austausches ne einer von diesen ködern ist den ihr eigentlich immer irgendwo beim koan findet ne also wenn das jetzt ein koan wäre eine frage die der meister dir stellen würde wäre und was hat am folgenden tag der hakuin dem sokaku erklärt jetzt erklärs mir ne was hat der hakuin und der sokaku was haben die miteinander gesprochen als keiner mehr zugehört hat was hat hakuin verstanden ne ich weiß nicht ob ihr auch die zikaden hören können ne es ist immer um diese jahreszeit wenn die regenzeit vorbei ist und es richtig ordentlich heiß wird ne dass diese zikaden oder manchmal heißen sie auch grillen im deutschen ne aber sie machen sehr viel mehr theater ne mehr sound als deutsche grillen oder europäische grillen ne ich freue mich die dann auch noch mal im park hören zu können obwohl nächsten sonntag da bin ich wieder weg ne da bin ich in einem anderen tempel in der nähe von fuji ich bin da zum ersten mal weiß nicht ob ich die aufnahmen machen kann ich hoffe ne da werde ich wieder nicht in osaka sein und dann das letzte mal vor meiner abreise nach deutschland das wird der vierte august sein da sitzen wir am strand da werden wir am strand sitzen und mal sehen ob man da die zikaden hören kann vermutlich auch ne also man kann sie eigentlich überall in japan hören der grund weshalb ich über die zikaden spreche ist natürlich dass die zikaden sehr viel wortreicher die fünf ränge erklären als sokaku und der hakuin das gemeinsam jemals könnten aber vielleicht habt ihr ja bessere ideen was der hakuin da verstanden hat in dem moment dann lasst es mich gerne in der kommentarspalte wissen heute nehme ich mit meinem handy auf deshalb es könnte sein dass sie überzogen habe das tut mir leid wenn ich euch zugeschwurbelt habe sorry beim nächsten mal könnte sein dass ich mich schon wieder mit dem mit der normalen canon kamera zurückmelde und dann haben wir das zwölf minuten limit danke fürs zuschauen erst mal ich wünsche euch einen schönen start in die woche habt einen schönen tag und wir sehen uns wieder tschüss